Dort vorn. Rot-braun. Schwarz. Die Schwarzen sind selten geworden. Hey, wir werden knobeln. Rot beginnt. Schwarz gewinnt. Ohne Zielfernrohr. Ja, wenn ich Anfänger. Eigentlich mag ich sie. Wenn ich frei habe, stecke ich immer ein paar Nüsse ein. Du fütterst sie und lass dich dabei nicht erwischen. Niemand hat es verboten. Tja, das stimmt. Aber eins habe ich gelernt. Nicht auffallen. Nur nie auffallen. Jetzt hole es endlich, bevor die Krähen es klein hacken. Gib mir zuerst dein Gewehr. Wozu? Sag mal, wofür hältst du mich eigentlich? Letzten Monat hat es meinen Bruder erwischt. Durch die eigene Frau. Warte. Wir sind Freunde. Freunde? Gut, dann gib mir jetzt dein Gewehr. Dass du zwei Flüten hast und ich völlig wehrlos bin. Wie geht's Game. Untertitelung des ZDF, 2020